Er ist nah an der Sonne, er ist heiß, er ist kalt und darüber hinaus ist er auch noch super interessant. Willkommen bei 5 Fakten über Merkur. Fakt 1. Merkur ist der kleinste Planet. Bis zum Jahre 2006 war noch Pluto Inhaber des Titels Kleinster Planet. Als dieser dann aber zum Zwergplaneten gemacht wurde, ging der Superlativ über an Merkur. Aber so besonders cool ist der Titel Kleinster Planet dann eigentlich doch nicht, oder? Hallo? Ähm, ich bin zwar ziemlich klein, aber zum Glück nicht der kleinste Planet. Immerhin ist mein Kumpel Pluto noch kleiner als ich. Äh, Merkur, ich bin schon seit 2006 gar kein Planet mehr. Seit 2006? Also bin ich der kleinste Planet? Der allerkleinste. Ich hasse mein Leben. Fakt 2. Merkur wurde erst von zwei Raumsonden besucht. Eine Raumsonde zu Merkur zu schicken ist besonders schwierig. Immerhin ist Merkur der Planet, der am nächsten an der Sonne dran ist. Das heißt, eine Sonde ist extrem in Temperaturen ausgesetzt und außerdem der massiven Schwerkraft der Sonne. Zweimal hat es aber dann doch geklappt. Im Jahre 1974 erreichte die Sonde Mariner 10 Merkur und im Jahre 2011 schwenkte Messenger in die Umlaufbahn ein. Ach, ich bin so einsam. Niemand mag mich und niemand kommt mich besuchen. Hüfff! Hey, eine Raumsonde! Hey, das kitzelt! Hm, wo willst du denn hin? Oh, noch eine Raumsonde! Hier, hier bin ich! Jetzt bin ich wieder alleine. Fakt 3. Auf Merkur herrschen extreme Temperaturunterschiede. Merkur ist der Sonnennächste Planet. Man könnte also auf die Idee kommen, dass es auf seiner Oberfläche immer unfassbar heiß ist. Falsch gedacht. Zwar wird es tagsüber tatsächlich bis zu 400 Grad heiß, aber nachts würde man bei minus 200 Grad erfrieren. Merkur ist mit seinen zwei Seiten also irgendwie der Dr. Jekyll und Mr. Hyde des Sonnensystems. Der Grund für die Temperaturunterschiede ist, dass Merkur keine Atmosphäre hat, die die Wärme nachts speichern könnte. Boah, Pluto, mir ist so kalt! Dann hole ich meine Jacke. Danke, du bist ein toller Freund. Oh Mann, jetzt ist mir so heiß! Oh, warte, ich hole schnell Eiswürfel, Merkur. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Fakt 4. Auf Merkur gibt es einen riesigen Krater. Obwohl Merkur so klein ist, besitzt er einen 1500 Kilometer großen Einschlagskrater. Das sogenannte Kalorisbecken. Eine echte Touristenattraktion. Ästhetische Landschaften! Sommerliche Temperaturen das ganze Jahr über. Außer nachts. Besuchen Sie das Kalorisbecken auf Merkur und finden Sie Ihr persönliches Paradies. Merkur, Ihr Platz in der Sonne. Jegliche Haftung für Todesfälle während des Urlaubs wird ausgeschlossen. Und? Wie findest du meinen neuen Werbespot? Ähm, ich bin nicht sicher, ob das Touristen anzieht, Merkur. Fakt 5. Merkur besitzt einen massiven Eisenkern. Der Kern macht fast drei Viertel des Durchmessers von Merkur aus. Aber vor allem ist er unfassbar schwer und besteht fast nur aus Eisen. Deswegen glauben viele Wissenschaftler, dass der gesamte Planet Merkur nur ein übrig gebliebener Kern eines anderen Planeten ist, der bei einer Kollision zerstört wurde. Aber man sagt ja nicht umsonst, die inneren Werte zählen. Ähm, Jupiter? Kannst du mich mal hochheben, damit ich Uranus und Neptun sehen kann? Ey, na klar, Kleiner. Guck dich mal an. Du bist doch mega der Lauch. Ist gar kein Problem. Boah. Bin ich etwa zu schwer für dich? Hä, ja. Ich muss mir noch ein bisschen pumpen gehen. Oh, Menno. Ich wollte doch nur hochgehoben werden. Ich hasse mein Leben. Hallo. Ach, ihr seid ja immer noch da. Danke, dass ihr mein Video geschaut habt. Ich bin zwar der kleinste Planet, aber scheinbar auch ziemlich beliebt. Falls ihr Lust auf noch mehr Planeten-Videos habt, könnt ihr uns unterstützen. Abonniert doch den Kanal von Astro Comics. Schaut euch die anderen Videos an oder spendet uns etwas Geld bei Patreon. Dafür gibt es auch coole Belohnungen. Tschüssi.